Die Jenny und ich sind wieder im Wald. Wir haben uns ein super Plätzchen gesucht und haben natürlich einen passenden Baumstamm gefunden. Wenn ihr ein bisschen in den Wald reingeht, egal wo, wenn ihr vielleicht wohin fahren müsst oder gleich von zu Hause aus einen guten Weg habt, im Wald zu gehen, versucht einfach ein bisschen achtsam sein, ein bisschen die Natur und die Umgebung beobachten und dann werdet ihr ganz viele tolle Dinge finden, die euch einfach ein bisschen bewegen könnt und Spaß an der Bewegung habt. Jenny und ich haben einen perfekten Baumstamm gefunden und da zeigen wir gleich, was wir alles machen können. Wir können zum Beispiel ein bisschen unsere Beine trainieren und probieren, wer schafft es am längsten und am öftersten mit den Fußsohlen abwechselnd links und rechts den Baumstamm zu berühren. Wie schaut das aus? Einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Man kann es auch schneller machen oder langsamer. Da könnt ihr euch einfach eine Challenge aussuchen, so oft wie möglich oder so lang wie möglich oder einfach eine Minute Zeit vorgeben und wer schafft in einer Minute die meisten Steps. Dann haben wir schon ein bisschen die Beine aufgewärmt und trainiert, dann gehen wir gleich weiter. Dann können wir zum Beispiel unsere Balance hüben, balancieren. Wir gehen ganz klassisch, die Arme seitlich wegstrecken. Ihr seht, gar nicht so leicht, der ist ein bisschen losig und rutschig. Dann tun wir uns leichter beim Balancieren. Entweder gerade nach vor, nach hinten, schön rutschig aufpassen. Oder wir gehen wieder nach vor und drehen uns am Baumstamm, gehen wieder weiter. Und wieder den festen Untergrund haben, also eine Position, wo wir fester stehen können. Wir können probieren die Standwaage zu machen, auf einem Bein, das linke zurück, Arme auf die Seite strecken. Und wieder aufrichten. Wir können probieren. Seitlich gehen, mit überkreuzen. Einfach ein bisschen im Balance üben. Frische Luft starten, tief ein- und ausatmen und wir haben schon wieder sehr produktive 10 bis 15 Minuten gehabt. Viel Spaß dabei!